Willkommen zurück zum nächsten Game und zwar Jurassic Park Builder. So, wir machen natürlich als Gast spielen. Facebook-Anmeldung wollte ich jetzt nicht machen. Name des Parks ist einfach nur... Uuuh... Warte mal. Debitorland. Ganz kreativ. Mein Name mit einem Land hinten dran und ab geht's. Ich hab's bisweilen noch nicht gespielt, nur die Beschreibung durchgelesen. Also man muss im Grunde nur ein Jurassic Park aufbauen mit Dinosauriern. Man kann unter Wasser bauen. Und es geht los. Ungelesene Nachrichten. Okay, gucken wir uns das Postfach mal an. Willkommen zum Jurassic Park Builder. Okay. Achso, das war nur so eine Mini-Nachricht. Okay. Neuer Erfolg. Willkommen im Jurassic Park. Sieh mal, ein Triziratops in freier Wildbahn. Kannst du dafür sorgen, dass er nicht aus dem Staub macht? So klein stellt er noch keine große Gefahr dar. Okay. Tippe das Füttern-Symbol an und füttere den Triziratops. Füttere den Triziratops-Jugendier, bis es ausgewachsen ist. Okay. Ah, man sieht, ich brauche 29 und Update. Mein Gott, alles auf einmal. Achso, Fütter ist so lange, bis es ausgewachsen ist. Bäm, Stufe hoch. Auftrag beendet. Hui. Der ist aber nicht lange klein geblieben. Er ist ja schon so gut wie ausgewachsen. Zeit für den richtig saure Experten. Wir sehen uns. Okay. Okay, das gab Geld und Erfahrung. Und den kennen wir, glaube ich, aus dem Film. Hallo? Hallo! Dich hätte ich hier aber nicht erwartet, bist du mit einem der anderen Boote angekommen? Mein Name ist Dr. Grant. Willkommen im Jurassic Park. Berühre das Grasbüschel und tippe dann auf Entfernen-Symbol. Ja, toll. Das hätte ich, glaube ich, so nicht gefunden, wenn das nicht markiert worden wäre. Ah, weg ist es. Auftrag beendet. Ich habe etwas im Gras gefunden. Ja, okay. Einer meiner Wissenschaftler. Du hast ein wertvolles Stück Bernstein gefunden. Achso, forschen kann man auch. Ja, okay. Gucken wir mal. Forschen. Forschungsanlage ist wohl draußen, wie er aussieht. Forschungsversuch 100. Krass, das ist halt immer so random scheiße. Okay. Stufe 2. Sammeln. Aber ich kann mir vorstellen, worauf das hier hinauskommt. Am Anfang kann man so voll viel bauen und nachher muss man ja voll lange warten. Aber lassen wir uns mal überraschen. Dr. Wu hat mir gerade die Neuigkeiten mitgeteilt. Ich werde den Jurassic Park wieder aufbauen. Er freut sich schon. Ich soll den Dschungel erweitern. Okay. Erweitern. Krass, das ist ja ein Riesengebiet, was man hier hat. Ja, WTF ja doch. Da kann man doch ordentlich bauen. So, was soll ich machen? Was soll ich machen? Da unten blinkt irgendwas. Aquapark erst mit Stufe 10. Das war mit Unterwasser bauen. Pflanzenhafen. Pflanzenhafen. 100 Pflanzen alle 5 Minuten. Und 100 Fleisch alle 5 Minuten. Na gut. Was hat er denn zu tun? Kaufe das neue Dinosaurergehege auf dem Markt. Platziere es im Park und tippe auf Annehmen-Symbol. Markt. Vor allen Dingen kaufe das. Blinkt schon voll. Aber ich gucke erstmal die anderen. Für den Dilophosaurus. Na, da ist dann immer die Frage, wo brauche ich es zu verzehnen? Komm, bauen wir das mal daneben einfach. Bam. Auftrag beendet. Das bräuchte bestimmt einen neuen Dino. Ah ne, warte, da ist schon ein Ei drin. Hammond hat dir die Aufsicht über ein Dino-Ei gegeben. Früher hat er das Schlüpfen sich nie entgehen lassen. Beruhere das Ei. Achso, schneller. Jawohl, da haben wir doch mit der Zeit 26 Minuten, bis das ausschlüpft. Aber wir geben so ein Bündel Geld aus, dann kommt es sofort raus. Da ist es. Die Dilophosaurus bedeutet Echse mit zwei Kämmen. Ach stimmt, das Ding kenne ich aus dem Film. Das spritzt doch diese Scheiß-Zorchen ins Gesicht. Ah ne, anderer Film. Egal. Der neue Dinosaur ist ein Fleischfresser. Gut, dass wir über den Hafen frisches Fleisch angeliefert bekommen. Beruhere den Fleischhafen. Aktivieren. Hauptsache, ich klicke einfach mal. Achso, einsammeln, okay. Wie das Spiel auch automatisch da hinscrollt, ist auch geil. Oh nein, was will er? Füttern, füttern, füttern. Du brauchst 36 zum Füttern des Dinos. Ich dachte, das ist ein Fleischfresser. Holy Sheet. Was soll ich machen? Nichts. Kann ich mir gar nicht leisten. Das ist aber ärgerlich. Was zu machen? Ach ne, ich muss sie nur anklicken. Vielleicht haben wir wieder Level Up, dann können wir was Neues bauen. Oh, der ist cool. Dinosaurer sind übrigens nicht die einzigen, die unruhig werden. Berühre das Straßensymbol und tippe auf den Park. Straßen? So, oder was? Aber das hier gefällt mir nicht. Geht halt entfernen. Andersrum gefällt mir halt alles nicht. An dem einen Gehege fährt man nur einmal so eine Ecke vorbei. Ganz toll. Egal, passt. Auf, trappendet. Mein Freund, das verdanke ich alles deiner harten Arbeit. Mein Gott, heute habe ich aber echt mit dem Lesen. Stufe hoch verdient sammeln. Ching, ching, ching. Ach cool, das fährt ja dann mal durch. Und dann ist er weg. Okay, wie man sehen kann, wird hier nicht langweilig. Immer neue Aufträge. Ich bin Dr. Kelly. Erweiteren den Park damit. Bietest du den Besuchern neue Welten zum Entdecken. Warte, ich kann ja auch weg, ja genau, wegzoomen, ranzoomen. Wahrscheinlich hätte er noch gerne weiter vollgestopft mit Fleisch, aber ich glaube nicht, dass ich den zum Level abbewegen kann. Oh Mann, oh. Ah, sehr gut. Neues, neues Fleisch. Ich versuche jetzt einfach mal ein Level ab hier raus zu kitzeln. Stufe hoch. Aber mehr hat es jetzt gerade nicht gebracht. Was haben wir denn noch? Soziales, was für ein Arsch, glaube ich. Hier kann man noch ein bisschen einkaufen gehen. Gelbes Blumenbeet. Also man kann hier noch ein bisschen schmücken. Oder so? Ne, so ist blöd. So ist gut. Und 3x4. Na gut, ist so ein kleines Aufbauspiel. Ich denke mal, es läuft darauf hinaus, dass man entweder ein bisschen Zeit mitbringt. Weil ich denke, die Aufgaben, die werden mit der Zeit immer länger oder langwieriger werden. Oder man kauft hier wahrscheinlich ein bisschen Geld, um dann weiterzukommen. Aber an sich macht es eigentlich zum Beginn her ein bisschen, also auf jeden Fall Spaß. Kann sich jeder gerne mal angucken. Ist soweit kostenlos. Und ansonsten bis zum nächsten Spiel. Tschöö.